Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Maxi Kronang, Daniel Heinze, wir dürfen Sie heute durch den Abend hier begleiten. Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Rathaus in Kitscher zum heutigen Sachsen-Sofa. Und der Begriff ist mir heute Abend etwas zu wenig ins Gespräch gekommen. Ja, vielen Dank, dass Sie das nochmal so anschaulich schildern. Ich hatte es ja eben in meiner Antwort nur ganz kurz angesprochen. Ich habe eigentlich ganz einen Boost von Fragen. Also ich nehme Ihr Problem gerne nochmal mit, dass wir nochmal für die pflegenden Angehörigen ein eigenes Podium schaffen. Ich muss an der Stelle jetzt einfach mal die Damen und die Herren auf dem Sofa in Schutz nehmen, weil wir müssen uns doch zunächst erstmal alle an die eigene Nase fassen. Und diese Erfahrung, dass Einsamkeit von vielen Menschen überwunden wird, die trägt mich, um es ganz einfach zu sagen, nach Gottes Willen soll kein Mensch allein sein müssen. Herzlichen Dank, das war das Sachsen-Sofa in Kitscher zum Thema Pflege. Danke schön.